Liebe Kalner, liebe Eltern, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Visite virtuell von unserem Lycée. Leider können wir euch auch das tun und nicht über einen großen Porto-Wert empfangen, wo ein Gebäude immer voll ist mit den Schülern und mit den Lehrern, die ich weiß, was alles am Lycée Robert Schumann lässt. Weil das nicht geht, um euch zu verlust, wie ich diesen kleinen Film zu weisen, den ich auch durch das Gebäude feiert aus ihrem Alter. Die Schüler erzählen euch etwas über die Fächer, die sie haben, die Ansehnern weisen euch ein Saal, ein Spezialsaal, und über die Erde weiß, könnt ihr auch einen Ableck an eine Schule kriegen, ohne dass ihr auf einer von unseren Porto-Werten dabei seid. Die hat immer den Schwenk zwischen zwei Wehen, die ihr könnt anschließen, und dabei ist es, dass ihr bei der ersten Visite vielleicht nicht alles angeht, dafür macht die Visite trotzdem ein paar Mal und anschließt dann eine andere Wehe an, oder schaut einfach, ob die Playlist ändert aus dem Film, und da würde ich diesen Saal und den euch noch interessiert. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Découverte von diesem Lycée. Ihr könnt aufhören, entweder am Europaeck oder an der Visio. Viel Spaß!